Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hatte lang kein Content mehr. Ja, sorry, dass es vier Monate lang gedauert hat. Ich hatte sehr, sehr viel zu tun. Ich hatte Arbeiten. Ich hatte, ja, Schule war natürlich schwer und der Übergang. Aber ich versuche jetzt heutiger Mappi das zu machen, dass wir die tausend Abonnenten schaffen. Und das schaffen wir. So. Also, ihr seht ja hier schon, habe ich ein Pavillon angefangen, mitten in der Stadt. Und ich bin auch weitergekommen mit der Stadt. Also hier habe ich das Haus, aber es ist noch nicht so gut. Ich filme gerade relativ weit. Abends, in die Nacht. Dann hier und hier noch der Marktplatz, dann hier so Baustände, dann hier der Zug. Aber hier, das ist noch alles nicht so schön aufgeräumt. Das wird noch alles aufgeräumt. Und ihr seht ja hier diese Bautechnik. Ich zeige euch mal, was ihr da für alle macht. Braucht ihr diese Teile, die fast jeder zuhause hat. Dann halt die Blumen und sowas. Und dann habt ihr die eigentlich so einen sehr schönen Wintergarten. Und da drüben mache ich das noch kurz fertig. Dann sehen wir uns. Ich bin jetzt fertig mit dem oberen Bereich und jetzt wollte ich erstmal die Innenausstattung machen und dann würde ich weiterbauen. Also, ich nehme euch jetzt mit, mit dem Zeitraffer. Und bis gleich. Und das muss ich noch beheben. Da gibt es noch so ein kleines Problem. Also dann bis gleich. So Leute, wir sind jetzt schon hier so fast fertig. Wir haben hier draußen noch eine Figur. Und hier drinnen habe ich schon mal die Innenausstattung gemacht. Jetzt keine beste. Aber das sieht man dann ja auch nicht so stark deswegen. Und jetzt wird eigentlich nur noch hier oben das große Dach gebaut. Ein rundes, eckiges. Das wird richtig lange dauern und cool sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Und lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.